dann auch zu schlösschen Joa Nein Nein Oh Gott Das wird die Hölle sein 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 Das wird das Gefängnis machen Wir können auch Campingplatz machen Ja Campingplatz Was ist Campingplatz? Nein 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 Nicht Campingplatz Bitte nicht Asylum Da bin ich Das ist viel zu groß Asylum ist echt viel zu groß Nee komm ich war in die Schule Highschool oder Prüssen Nein Schule 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 ist schon gut Ah Alter schon wieder die Möcke wechselt Da war ja was So Sehr gut Jungs Schutes Team Und Mädels Applaus Applaus Und Mädels Jungs und Mädels Wenn ich bitten darf Äh Ich mach wieder Kommunikation mit Geist Wer der Geist mich mag Amma Ja Oh ne Charm Oh ne Charm Oh ne Charm Es rauscht Was ist das denn Achso Okay Oh das ist Crewboots Ich kein Crewboots Kann man nicht Was könnte ich noch mitnehmen Achso hat das alles Zwei Zwei Taschenlappen dabei Ich nicht Hallo Kannst Ich habe ein UV-Licht dabei Irgendjemand hat zwei Taschenlappen dabei Zwei normale Taschenlappen Ich nicht Ich hab gar keine Taschenlappen Weil wir haben keine Taschenlappen mehr am Ding hängen Ich hab nur so erfahren nicht Ich hab nur so erfahren nicht Okay ich geh jetzt rein Ich hab nur noch Und schaue nach Orbs Obwohl ich hier scheiße bin Muss ich halt ohne Taschenlappen spielen weil Irgendjemand zweiter mitgenommen hat Hat jemand Ich habe Ohr äh Dingens Box Videokamera und Taschenlampe Bärli du Bist du uns unter der Stock weg Ich bin unten Denk ich noch oben direkt mit meiner Kamera Ja Ja Ich bin hier voll scheiß darin Ich hab keine Orientierung In der Möp Wenn ich keine Taschenlappen habe Ich auch nicht Achso Ich kenne die Möp ja nur ich nicht mehr Roll Sag mal leise Der Geist auf jeden Fall In dem Badezimmer Okay Von der Tür aus gesehen rechts Ich weiß nicht ob und rum Ich höre aber im Waschbecken Ja ich höre das Waschbecken Das ist oben rechts Oben rechts Ich hab keine Ahnung wo das ist Ja hab's gefunden Ah da ist er Ich hab's nicht gefunden Ich schaue gerade Ich kann mich nicht orientieren Bist du das? Ja Wo ist das? Hier Hier Wo hier Gibt es überall hier Ah ne ne Ah ja hier sehe ich's Äh Das ist schon zu Ich kann ein Geist hier aufmachen Haben wir Ops? Nein Das ist schon zu Da ist schon noch kein Geist hier ist Äh ich würde gern jemanden folgen mit der Lampe Äh hier Ich hab ihn da Ich hab ihn da Okay Okay warte Äh ich wollte gerade kommen Äh äh Dots brauchen wir oder? Ja aber ich will einer mit mir rausgehe ich sie gar nichts Ja okay warte Niki warte sonst darf ich dir äh mit der Kamera voraus Naja es geht Ich ahne nur du geh Warte Ich hoffe du siehst eh was Ja ich hab's doch Scheiß strimmt Hallo Hallo Ich hab 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 Wo sind dort Warum liegen eigentlich mal irgendwelche Einzelnen sie auf dem Tisch ich nehme jetzt die temperatur mit ich habe vor ich habe ein ms mit ja dort haben anscheinend keine kam aber die kamera also müssen wir dort per ausschlussverfahren machen naja gut hallo der junge mann hallo die junge frau nehme ich jetzt halt so eine scheiß schlechte kamera das war es ist ein zimmer und hat der gast schon ganz heute die box noch nicht wo bist du ich bin oben aber die schütze im brotter amerikaner zeit für ein bisschen beleuchtung ja also bist du hier gib mir ein zeichen wie alt bist du wir haben finger abdrücke bis wieder die türe aufgemacht das ist doch zu ja so bist du hier ich glaube ich rede der geist bist du hier wie alt bist du wo bist du ich krieg nicht von nichts wie alt bist du ja dann lass mich wo bist du mami bist du hier wie alt bist du geist box kann bestreiten ich schreibe in das buch hin an geisterbox kann es nicht mehr sein ja der rest kann dort sage ich jetzt auch nicht haben wir noch buchen gefriert temperatur was hat die temperatur hier drin nicht viel also wir haben auf jeden fall keine sichtbar temperatur ja also sollten wir um das buch kämpfen gib mir ein zeichen schreib in das buch schreib in das buch ich brauche eine kerze und ein vollzeug bitte mich natürlich hä niki tot oder beide tot hä wo ist der niki niki wo bist du gut denn einfach weg bei mir kolle nimmer noch aufkau ja flieg auf toilette die äh ich werde sterben komm jetzt zu mir auf klo ja ist schade bin tot ich bin so schön gestorben gut wenn ihr sagt gefrierte temperaturen ist nicht so es ist warm dann gehe ich auf meiling ich brauche die taschen ab um wieder rein zu füllen äh raus zu füllen das warte 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 kinder wir lernen heute im matel ab heute machen wir sport aber kurz die treppen runter kniehen und rauf knien und wieder hoch alle ganz einer robe frau kommt weißt du gibst du irgendwas so herum zu werfen bis wo bist du bist du gestorben direkt vor dir ich sehe ich komme wieder auf einmal sehe ich dann direkt im geist rumlaufen in der kämpf gern geschehen war das so ein weißer geist der einfach umwandte ja okay damit dort gut dass nicht mehr auf war was haben wir alles dort mf und fingerabdrücke ok gut dann ist ein gorsche gut ich kann wieder in der weißen geist zwischen kamera ich hatte schon dort für mich ausgestrichen ich bin in den ich bin in den natürlich möchte ich haben das besser ist alles tot und und Niki Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest ich habe alle reingebracht aber... Hast du auch ganz tief gesetzt? Ja, hast du gesehen? Ja, ganz tief. Ja, ich hab's gesehen. Aber du musst du ganz tief setzen. Ganz tief. Wenn die mich zu hoch sind, dann natürlich... wenn er krabbelt, dann ist das klein zu viel von allein. Und das war nicht... Das Schöne ist, man sieht einfach durch die Kamera beide Leichen. Niki? 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 Was ist meine Sanity? 258. Niki? 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 ура... Niki? damit die Kuh der Slei. Oh, okay. Okay, jetzt wird langsam so cringy. Nö. Gib mir ein Zeichen. Aua. Oh, ich habe gerade beim Ziel gestoßen. Oh. Oh. Hals im Maul. Mary Buckley. Mary Buckley. Stirbt nicht. Colin, ist die Aufgabe der Bewegesensor? Ja, ja, ja. Das war's wert. Müsst du los? Nee, noch nicht. Okay. Scheiße, meine Web ist gefallen. Noch ist die Tür auf, noch ist die Tür auf. Jetzt ist sie zu. Da ist es. Heidens siegen. Ganz schön knapp. Aber ganz schön knapp. Du sagst mir, wenn sie von 10 runter ist, ne? Wie sieht man das? An der... An dem Monitor. Da, wo die Sanity und so steht. Da dürfte eine Aktivität von 10 Grad sein. Ja. Ja. Sag mir, wenn die weg ist. Ja, ja. Ist noch anhand... Ähm... Ja, jetzt grad höchst. Aber das Gebäude ist halt viel zu groß. Jetzt hat. Jetzt hat. Aufgehört. Niki. Hier und draußen. Ha! 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 Das schöne, es gibt mehrere Ausgaben. Echt? Ja. Wow. Das geht dann bei den Hauteingang und dann gibt's links und rechts jeweils nochmal ein. Hast du angekratzt und so? Äh... Ja, hab ich. Ja, okay. Ha! Ja, bisschen zu gut. Oh, mein Gott. Aha, Level 369, aha.